Musik Bestimmt habt ihr den Anfang des Stückes auch schon mal gehört. Es ist das Präludium in C-Dur von Johann Sebastian Bach. Man kann natürlich aber auch noch andere Sachen auf dem Klavier spielen, z.B. viel Musik. Und wenn das etwas zu laut war, kann man natürlich auch feinere Sachen spielen. Es ist Misty. Musik Musik Mein Name ist Angela Bücher und ich unterrichte Klavier an der Musikschule in Metall. Falls auch du jetzt Lust bekommen hast, in die Vielfältigkeit vom Klavierspieler einzutauchen, dann melde dich doch bei der Musikschule. Ich freue mich auf dich. Musik Musik